Und einen wunderschönen guten Morgen, willkommen zurück in 7 Days to Die. Hallo. Hallöchen. Lasst uns weitergehen. Ja. Wir sind hier im Agashi Tower, wenn ich das richtig hab. Agashi Tower? Äh, ja. Habt ihr da einen? Habt ihr da einen? Ja, wollte Gott sagen, der ist weg. Okay, geh mal da rein. Vielleicht geht da die Tür offen. Nein. Kommt da nicht rein. Ist doch die Türe zu. Nein, ich will da ins Büro. Da kommt einer gehüpft. Oder so. Ich wollte gucken, ob auf dem PC schon was steht. Krass, die kamen ins Trippenhaus hoch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Runter. Die sind von oben runtergefallen. Ah, okay, deswegen. Oh, bei Igel zieht ein Gewitter auf. Übel, übel. Klappt schon wieder. Ja. Ah, kein Nahkampf. Gut. Da hände ich ausnahmsweise mal wieder mit meiner Streitachs rum und dann sowas. Ach ja. Oh Gott, zum Nahkampf gehören auch, äh, Bau, äh, Werkzeuge. Ja, hier. Die fallen. Komm, Püme. Ohoho. Hallo. Die fallen immer da runter. Da kommt wieder einer. Ja, lasst uns schneller, äh, weiter flitzen. Wohin? Weiter flitzen. Hier hinten rum, oder? Da ist ja nochmal hier eine Tür. Ja, so klar. Das ist jetzt schon wieder. Aber jetzt höre ich wieder nichts. Na. Ich bin nicht mehr aufgestanden. Okay. Und wieder einer. Nein, Alex. Mann. So. Hinter uns, hinter uns. Oh. Da kommt es von, von unserem. Ding her. Kann ich den Rammblock nicht aufheben? Oh. Ja. So wie du stehst. Eigentlich müssen wir die Rücken zur Wand stehen. So. Keiner von hinten kommen kann. Ist hier wieder Ruhe, hey? Nee, ich höre schon. Ich muss schnell was essen. Essen. See. Kommt ihr schnell mit weiter, dass wir da nicht mehr immer an diesem Waldschacht stehen? Waldschacht? Ja, wo die immer runterfallen. Ja. Wo ist Schatz allein schon wieder? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich war mit meinem Raub noch nicht fertig. Oh. Was? Oh. Ich kann auch falsch rumlaufen. Oh nein. Aber er ist abgestürzt wahrscheinlich. Ja. Ein Aufzugschacht. Das ist doch bescheiden. Wahnsinn. Wahnsinn. Warum macht ihr das mit mir? Rückwärts. Rückwärts. Rechts ist links. Links ist rechts. Okay, jetzt geht's wieder vorwärts. Schau, Schatzi. Okay, der explodiert. Hat er wenigstens den anderen Zombie gleich mitgenommen? Nee, nee, der läuft noch. Nicht mehr lang. Gut. Wir leben ja noch. Noch. Meine Munition geht langsam leer. So für eine. Pumpgum und 7, 6, 2. Aber ich sage langsam eher nicht. Ich habe noch 9. 7, 6, 2 habe ich ein bisschen noch. Also hier. Du kannst mir einen so ein Stück des Deck. Ja. Okay, also da geht's auch nicht weiter. Okay. Bis ich hier mal die Wand. Ich muss doch durchschlagen, was? Ich glaube, die Wand ist schneller als das Gitter. Komm mal hier mit auf die Wand. Ja. Ich hole kurz meine Axt raus. Was? Pickel? Äh, Pickel. Dann Pickel, hopp. Nicht ausdrücken. Bälle, du gibst uns Rückendeckung. Ja, noch. Sehe ich aber nichts. Hier. Oh, wie toll. So ein Mist. Jetzt kommen wir nicht durch. 10 Sekunden. Wenn wir Glück haben, schlagen uns die Typen ja die Wand ein, da hin. Komm, nochmal ein Spreng. Oh. Er ist noch nicht hoch. Jetzt geht er. Oh. Das Haus nachher noch steht, ist eine andere Frage, ne? Das ist egal. Das ist doch eh, komm doch. Oh, ein Verstrahlgang. Kein Fernkampf. Kein Fernkampf. Kein Fernkampf. Kommt hier mit ins Zimmer. Wir haben viel Spaß. Oh. Da sind wir hier am Leben. Oh, hier ist alles voll mit Viechern. Ja, toll. Oh, ich komm. Ich glaub, das ist ein bisschen das Meeting heute. Da ist ein Polizist, der spuckt. Mutiert kommt, mutiert kommt. Ja. Ich bin mal, ich schreit schon um Mutti. Okay, die liegt. Ich häng fest irgendwie, okay. Häng ich fest an der Ecke. Ah. Okay, er ist tot. Hier auch fast. Du schreitst doch noch. Ja. Das. Wir geben es uns gerade aber auch richtig, oder? Wir haben ja auch einen Anreiß gegeben, ne? Was heißt hier eigentlich wir? Guten Dank, Stefan. Hi. Sehr beschwünscht. Hallo. Alter. Gut. Hört sich an, als wären die oben oder so. Ja. Auch Metall klopfend. Oh, was hast du gefunden? Äh, ne, ne, neun Millimeter, Stufe sechs. Ah, okay. Oh, Tanzbattle. Das ist gut. So, wo steckt ihr? Schreit ja auch noch. Ja, ja, die macht jetzt Luftsprung. Ja, ja, tanzen endlich mal. Okay, wollen wir hier hoch oder wollen wir hier noch die verschlossene Tür einreißen? Wahrscheinlich eh schon, oder? Die Antwort hast du dir selbst gerade gegeben. Ja, irgendwie schon. Ich hätte nicht fragen müssen, ne? Es tut mir leid. Von so hoch oder weiter? Oh, ja, ich reich schon mal ab. Wir haben uns eigentlich eingerissen, damit wir nochmal einen Raum haben, wo wir uns zurückziehen können im Notfall. Ja. Ah, jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Okay, dann können wir hoch. Hier ist wieder dieser Garten. Senngarten irgendwie. Ja, warte mal kurz. Bomba. Können wir da irgendwie den Timing runtersetzen vielleicht? Freier Rinder, super. Hier. Ja, was essen? Gute Idee. Darf ich mich eigentlich wieder heilen? Warum dich? Weiß ich nicht. Man hat mir's ja verboten. Du's einfach. Wo bist du denn eigentlich? Du bist da hinten irgendwo. In der Toilette. Ja, du bist. Ah ja. Toilette und dann hoch. In der Toilette ist der hoch? Ja, in der Toilette bin ich hoch. Da ist die Toilette. Das ist die suche ich auch gerade. Warte, du musst aber hier lang gelaufen sein. Hä? Hier ist die Toilette. Ich stehe auf dem Gang wieder bei euch auf dem Stockwerk. Okay, also hier. Ich sehe ihn aber auch nicht. Hier vorne. Hier. Schon alles gekürtet? Ja, wo der Ding. Am Garten. Explodiert ist, Schatz. Hier kommt zurück. Okay, ich komm, ich komm, ich komm. Und dann hier vor dem Reinigungswagen in die Darmentoilette und dann hoch. Alles klar. Zumindest geht's da weiter. Okay, alles klar. Gott, das ist aber eng hier. Weiß nicht raus, ne? Denkt ihr dran, dass ihr eure Items, die ihr so einsammelt, auch zerlegt nebenher in Grundmaterialien? Wenn wir gar nichts einsammeln können. Ja. Einmal, was ich heute eingesammelt habe, ist bis jetzt Sand. Und das war's. Ja, mitten in der Nacht sind wir mit drin. Ja, ja, oh. Oh, er schreibt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay. Das mal verlegen. Das verlegen. Wenn ich grad eher mit meinem Kind hier beschäftigt, zittert, wenn er immer reinkommen will. Im Prinzip muss ich mal kurz gucken, was ich alles verlegen kann. Das kann ich essen. Du es. Kann ich auch essen. Boom, bam, bam, boom, bam. Okay. Das kann. Okay. Über uns wöbelst. Ja, lass die da oben wöbeln. Was? Oh. Oh, ne. Ah, Konfetti. Sehr schön. Ja, ja, ja. Hey. Sag mal, leckt das bei euch eigentlich aus? Ja. Also es ruckelt? Mhm. Also es läuft nicht stabil, ja, das stimmt. Okay, dann liegt es nicht an meiner Entstellung. Ich fühl mich aber auch extremst langsam. Hä? Ja, das... Das könnte sein, dass es zu viele Zombies auf einmal hier sind. Hä? Das Schöne ist, bei Konfetti sind auch gleichzeitig aufgeräumt. Und du weißt dann gleich, dass sie tot sind. Ja, stimmt. Die stehen nicht wieder auf. Schreit die bei euch draußen, oder wo war das? Ja, wo schreit die, ja? Ja, ja. Oder ist es unten am Haus? Oder ist es auch nicht so genau? Hast du den Tresor geöffnet? Der war schon offen. Leer. So der rasch. Schade. Und wir sind auch mitten in der Nacht, hey, da unten geht's ab. Ich wollte gerade sagen, vielleicht leckt es hier so, weil die Schreierin die ganze Zeit ums Haus Zombies versammelt. Wenn die von unten raufkommen, hab ich echt ein Problem. Ich guck mal aus dem Fenster hier, wie schlimm es unten ist. Sehr schlimm. Und von oben jabbelt's auch. Da haben wir ja eigentlich nur noch einen Weg, den wir nehmen können. Nach oben und dann hauen wir mit dem Helikopter ab oder so. Oh, das war schön, ne? Hast du einen Heli? Ich hab keinen, aber ich hab mir den Punkt, den ich vorhin hatte, hab ich benutzt, damit ich einen bauen kann. Hey, die randalieren da unten, alter Verfall. Könnt ihr, das, wie laut das ist. Okay. Ah! Alter, weiter. Okay, der ist tot, steht hier noch rum. Ich dachte gerade, ich leck total. Ja, ja, das, also gut zu wissen, ne, das. Große POIs hier, die ein bisschen am Ruckeln sind, wenn es abgeht draußen. Ähm. Ja, wahrscheinlich ist unter uns jetzt der Krieg. Ja. Die suchen sich einen Weg nach oben. Hier, wir gehen jetzt aber nicht runter, bis es Tag ist. Ganz sicher nicht. Wir sind ganz oben angekommen, ne? Ne, es geht noch weiter. Mach mal drei Stockwerke. Oder vier. Drei Stockwerke. Wir sind im Hochhaus, gell? Ja, stimmt. Mach mal hier. Vielleicht bin ich auch deswegen so langsam. Mach mal Türe zu. Oh gut, da kommen sie. Da kommen welche. Wie der Tag fängt an, vielleicht beruhigen die sich dann unten und dann wird es entspannter. Kann ja sein. Oh, bei mir kommt ein Fragezeichen-Angriff. Oh. 40 Sekunden. Okay. Ähm. Ich bin halt gespannt. Und wo? Äh, bei mir wahrscheinlich. Bei ihm. Okay, dann können wir hier aufräumen. Das schaffen wir. Das müsste hier sauber sein. Dann können wir hier den Angriff abwehren. Ich spawne sie hier hinten. Und dann renne ich zu euch vor. Okay. Fünf Sekunden. Tief durchatmen. So. Und aus. Ich bin ein Solo. Hi. Danke fürs Abstehen. Ah, das ist verstrahlt, ey. Na super. Oh ja, echt jetzt? Also hier sind mutierte. In 30 Sekunden kommt nochmal ein Fragezeichen-Angriff. Dann geh erst raus, Schatzi. Dann geh du auch erstmal in den Raum, wo ich gerade war. Ja, und dann lockst du langsam. Oh Gott. Alles nachladen. Oh, warte. Das Ding muss repariert werden. Jetzt? So, jetzt? Okay, 16 Sekunden. Ihr spawnt da drin, bitte, ja? Äh, geh selber weiter rein. Du kannst da einmal um diese Bretter rumrennen. Okay, jetzt kommen sie. Schauen wir mal. Da sind sie. Büroarbeiter rein. Oh. Wo sind sie uns Angestellte? Warum dürfen die eigentlich schon wieder aufstehen? Es sind Verstrahlte. Die stehen immer wieder auf. Okay, haben wir aber überlebt. Nachladen. Ja, ja, ja. Okay, meine Munition ist leer von 7,6. Warte. Das letzte Päckchen, was ich dir geben kann. Okay. Essen, trinken. Nicht vergessen. Ja, ja, ja. Okay. Wenn ihr uns helfen wollt, könnt ihr uns nochmal Munition schicken, liebe Zuschauer. Sehr gerne. Dann wird es doch auch interessanter, ob wir hier weiterkommen oder nicht. Er verschenkt kurz, wer ihn tötet. Und er ist das nett. Er ist das nett. Mario, du musst es nur ohne Tippfehler. Der Sportsgeist ist richtig, aber. So, auch dir, Soto, danke. Aber kommt nichts an. Ah, ja, jetzt. Da kommt die. Ah, hier. Schick. Oh. Ich nehme mal den Schrot raus. Nimm du mal hier den 7,6er. Okay, Igel. Okay, nochmal 100 Stück. Ich glaube, bei den anderen fehlen Punkte, dass hier was ankommt. Ja. Wir machen euch babbala. Babbala. Hier mit unserer Munition und sie mit. Mädenschinskinder. Wir haben alles im Griff. Wir haben alles voll im Griff hier, ey. Ja, hoffentlich. Das wird aber ein bisschen schlimmer mit dem Lex, ne? Ja. Umso höher wir kommen. Hast du das ausgefühlt? Ja, ja. Also. Ja gut, ist die Frage, wie viele Zombies jetzt wirklich ins Haus unten versammelt sind. Weil die schreit immer noch. Und dann brauchen die Tusschen. Ja, ja. Mit jedem Schrei spawnen sie eigentlich was. Riesenköpfe, Tanzbattle, Klamot, City Vote. Jawoll. Oh ja, Klamot. Oder Riesenköpfe, dann treff mal besser. Nicht zum Gerüst. Du musst mich ausklappen. Kommt, geht nicht anders. Okay. Okay, okay. Ja gut, wir räumen hier weiter auf. Hier ist ein Riesenschatz schon mal. Okay. Munition und Essen und so Zeug. Da ich hinter dem Vorhaben. Okay. Werde ich mal um? Ja. Da. Nimm es. Nimm es. Nimm es gerne. Gut. Was war das jetzt? Riesenköpfe, oder? Das sind Riesenköpfe, ey, ja. Hey. Ich bin beim Strohsack. Hey. Aber wo ist die Schreierin, dass wir die immer so hören, als wäre sie direkt unter uns? Ja, das ist... Die hockt im Treppenhaus irgendwo oder in dem Aufzugschacht zufälligerweise? Guck da mal runter. Ja. Warte mal. Wenn die nämlich da im Aufzugschacht ist, dann beseitigen wir die mal. Nee, da ist keiner. Ach, hier geht's oben irgendwie. Ich geh mal ein Stück zurück, weil... Kommt gleich. Was kommt gleich? Melle kommt gleich. Nee, schon, aber... Räumen bis dahin auf, was ich aufräumen kann. Naja, ich guck, ob da auch bei ihr da alles in Ordnung ist. Oder nicht durch. Aber es sieht gut aus bisher. So, bitte. Welcome back, liebe Melle. WP. Ausgerechnet. Ausgerechnet heute, ne? Ja, ich hab ne... Oh, Pfeile. Sehr schön. Genau das, was wir immer benutzen. Ja. Ja, ja. Okay. Wir sind fertig mit dem Stock weg. Da gibt's jetzt noch die Leiter in dem einen Raum. Da müssen wir hoch. Okay. Ja. Ich muss mal noch kurz warten auf die Melle. Ja. Interessantes Gebäude, hey. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Also, nicht nur, dass du eine schwere Gegend ausgesucht hast. Ein schweres Gebäude. Nein. Zudem versucht auch jeder gerade, meinen Mann zu killen. Uns, nicht nur dein Mann. Einer ist es auch, aber... Okay. Okay. Gruppe einnehmen. Und dann darfst du mitkommen. Ich finde den Raum nicht mehr. Weißt du, wo der Raum ist? Äh... Nee. Der mit der Leiter ist... Achso, ja, warte, den habe ich gleich, ja. Der war bei deinem Schacht direkt neben. Okay. Dachte schon, ich bin bescheuert. Er wird noch mal essen und trinkt, wenn er könnte. Ich bin voll. Volle, keine volle Hose. Wo war der jetzt hier? Ah, hier, hier. Genau, hier, da müssen wir hoch. Gut. Ich glaube, ich schleppe zu viel Medizin mit. Oh, guck mal, wir haben nur noch zehn Stockwerke vor uns. Guck mal, hier, hopf. Oh Gott. Oh, da unten ist einer. Geht im Riesenkopf. Oh, nein. Ja. Ach, da. Oh, da ist ein paar. Oh, Falke. Hat mal einen Riesenhelm. Jetzt sind die schon Riesenköpfe. Ach, geht doch. Guck mal, da kommen noch ein paar raus. Hast du... Hat er gefurrt? Strided. Kann sein. Wenn die Köpfe sich entleeren, dann furzen die. Hast du noch das Dynamit dabei? Nein. Ah, das hätte man runterschmeißen können. Das ist echt geil. Ich habe auch keins. Oder habe ich zu viel? Eins gesammelt hier mal. Hast du gesagt, du nimmst mit? Nee, ich doch nicht. Bring doch uns nur in die Luft. Hm. Ist da die Schreierin? Das kann ja nicht sein, dass da die ganze versammelte Mannschaft kommt. Da ist sie. Ich glaube, da ist sie. Ich will ihre Haare rausgucken. Liefern Sprengstoff kommt, glaube ich, gleich. Ich habe sie, glaube ich. Ja, ich habe sie. Okay. Aber da schreit immer noch irgendwas. Da schreit immer noch eine. Glaube ohne E, oder? Da ist eine E. Sprengstoff. Nee, zu wenig Punkte. Jetzt könnte es flüssiger werden. Wollen wir die da unten lassen? Ja. Sonst haben wir keine Muni mehr. 150 Punkte, okay. Aber die Schreierin ist, glaube ich, tatsächlich weg. Gehen wir höher? Moment. Moment. Okay. Wir haben die von den Punkten her ausgesaugt. Sehr gut. Bevor wir aber weitergehen, würde ich sagen, kehren wir in der nächsten Folge ein. Stimmt. Tschüss. Tschü-kü-kü-kü. Bis zum nächsten Mal.